Im Supermarkt tauschen Lisa und Anna sich über die wichtigsten Neuigkeiten aus. Ach, der Prinzipalmarkt wird asphaltiert? Mit der News-App der Westfälischen Nachrichten ist sie jetzt immer auf dem neuesten Stand. Ein Blick auf Smartphone oder Tablet genügt. Das wollen Sie auch? So einfach sind Sie dabei. Laden Sie sich die News-App auf Smartphone oder Tablet. Jetzt können Sie die Themenkacheln individuell nach Ihren Wünschen verschieben und somit Ihre Inhalte sortieren. Nie wieder etwas verpassen mit der News-App der Westfälischen Nachrichten. Schauen Sie sich bequem Fotostrecken an. Nutzen Sie Push-Nachrichten und teilen Sie das Neueste mit anderen. Registrieren Sie sich noch heute und testen Sie unser Digital-Abo. 30 Tage kostenlos. festgate 30 Tage kostenlos. 20 Tage kostenlos. 30 Tage kostenlos.